B, ich wollte mit dir über diese College-Sache reden, okay? Ich nehm dich nicht mit. Sieh dir das mal an! Ich fühl mich schon viel schlauer. Kannst du's riechen? Ja, riecht nach 40.000 Dollar pro Jahr. Hey, Baby. Ich hab für dich ne Fernbeziehungsausrüstung. Du bekommst ne Webcam. Dann können wir rund um die Uhr chatten. Klingt cool, ich kann's kaum erwarten. Ich hatte grad im Seminar einen Nervenzusammenbruch. Ich sehe Symbole. Wir haben dir vieles nicht erzählt, Sam. Das ist nicht mein Krieg. Ich fürchte, er wird es bald werden. Was du jetzt gleich siehst, ist top secret. Erzählt sich meiner Mutter. Sehen die aus wie die Symbole, die du gesehen hast? Wo haben sie die her? Archäologen haben in alten Ruinen diese rätselhaften Markierungen gefunden. Überall auf der Welt. Die müssen ja was bedeuten. Eine Botschaft oder eine Karte. Megatron will, was in meinem Kopf ist. Ich geh nicht ohne dich. Das Schicksal ruft uns nur selten in einem Augenblick unserer Wahl. Das Schicksal ruft uns nur selten. Gut.